Hey ihr Lieben, ich bin Maren Vivien und ich habe ein Buch gelesen, das ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar geht es um Auf Ewig Dein von Eva Völler, das ist der erste Band der Timeschool-Reihe. Und ob es mir gefallen hat oder nicht, seht ihr jetzt im Video. Zuerst sollte man wissen, dass dieses Buch ein Spin-Off aus der Zeitenzaubertrilogie, auch von Eva Völler, logischerweise ist. Und ich muss zugeben, ich habe diese Trilogie nie gelesen. Shame on me, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich habe es nie geschafft. Ich muss gestehen, dass ich zu Beginn erstmal Angst hatte, nicht so richtig in das Buch reinzukommen und das Buch nicht so richtig zu verstehen, weil ich eben diese andere Trilogie nicht gelesen habe. Aber ich muss sagen, nach ein paar Seiten war ich eigentlich schon drin und es hat eigentlich sehr gut geklappt. Und klar, man wird ein bisschen gespoitert, was diese andere Trilogie betrifft, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, finde ich persönlich, wenn man sich das meiste eh so ein bisschen denken kann. Von daher könnt ihr auf Ewig Dein auch lesen, wenn ihr die Zeitenzaubertrilogie nicht gelesen habt. Aber jetzt kommen wir mal zum Inhalt von dem Buch. Und zwar geht es um Anna und Sebastiano. Und die beiden sind ein wirklich süßes Paar. Und in Venedig haben sie eine super coole Zeitreise-Akademie eröffnet. Und die beiden haben auch schon ihre ersten Zeitreise-Schüler. Und zwar ist es einmal ein Haremsmädchen und ein Wikinger, was sich schon mal irgendwie ziemlich cool anhört. Und natürlich ist das alles nicht so ganz einfach, denn zu Beginn des Buches befinden die sich auch am Hof von Heinrich VIII. Und ja, dort gibt es auch schon ein paar kleine Hindernisse und es läuft echt nicht so richtig runter. Und dann taucht auch noch jemand aus der Zukunft auf und der hat eine wichtige Nachricht. Und diese Nachricht verändert irgendwie alles. Und ja, es ist auf jeden Fall interessant und spannend. Und mir hat das Buch wirklich echt sehr gut gefallen. Es war mein zweites Buch von Eva Völler. Davor habe ich Zeugen-Kursprogramm mal gelesen. Es hat mir auch echt gut gefallen. Aber ich muss sagen, dass mir dieses Buch um einiges besser gefallen hat. Vor allem halt auch wegen dem Setting eben in Venedig. Und dieses ganze Zeitreise-Thema finde ich einfach mega spannend und mochte ich eigentlich schon immer in Bücher und in Filmen. Man kann es sehr, sehr gut in ein oder zwei Tagen runterlesen oder auch an einem Wochenende oder so. Weil es total flüssig und gut geschrieben ist. Also es ist wirklich angenehm zu lesen. Es ist nicht so, dass man da sitzt und man denkt so, wie viel noch bis zum nächsten Kapitel oder so. Sondern man möchte einfach wie immer wissen, wie es weitergeht und was dann eben auf der nächsten Seite auf einen wartet. Die Charaktere finde ich auch mega sympathisch und man kann sich auch gut in sie hineinversetzen. Und ja, ich finde die Charaktere sind einfach so das Wichtigste an der Geschichte. Und bei dem Buch sind sie echt ziemlich gut getroffen. Und hinzu kommt, dass das Cover natürlich auch sehr, sehr schön ist. Ich meine klar, der Inhalt ist natürlich bei Büchern immer viel, viel wichtiger. Aber ich muss sagen, ich bin auch glücklich, weil in meinem Bücherregal schöne Bücher stehen. Es schimmert echt mega schön und es ist so mint und so Wasserfarben, Aquarell mäßig. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, das man sehr gut lesen kann, um einfach mal dem Alltag zu entfliehen. Wenn ihr das Buch auch schon gelesen habt, dann schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren könnt ihr diesen Kanal natürlich auch sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!